So, da ist jetzt er. Seid gegrüßt. Hallo. Wir wollen zu einem Spielzeugautomaten. Das ist doch so wie früher, wo man das Geld oben reinsteckt und dann so dreht. Und dann kommt unten was rausgeschossen. Sowas haben wir hier gefunden und da wollen wir da jetzt nochmal hingehen. Und ja, erst mal froh, so. Ja, das ist ja froh. Wo man den Automaten dort drüber noch dreht, so ist es ja. Dass es sowas noch gibt. Sowas gibt es bei uns nicht mehr. Und da holen wir jetzt so ein Slatschi-Klatschi raus. Den man irgendwo dagegen klatschen kann und dann bleibt es kleben. Wenn du schnell drehst, dann schießt es da unten raus. Warte mal. Stopp. Leichter Knopf, bitte nach dem Einbruch drehen. Warte mal, Anna. Dann gucken wir mal schnell noch, was alles drin ist. Ich hätte gerne so ein Armband. Das sind die Armbänder. Und dann hast du die unten noch. Aber das sieht schon richtig ranzig aus. Die Eier hier verzwangst sind. So, und jetzt stecken wir das mal hier oben rein. Hey, stopp, stopp. Wie denn? Tu doch mal dort oben reinstecken. Warte, warte, warte. Da rein. Und jetzt. Okay. Wieder gelb. Wieder gelb? Ja. Quatsch. Da. Schweinerei. Jetzt kriegt das Ding nicht mal auf. Das geht nicht wie in... Klar. Mann. Annabelle, von uns hast du es da aufgekriegt. Die doch. Ja. Da sieht er dieser Schmetterling. Ja. Oh, lecker. So war nichts zum Essen, ne? Schleim. Wollt ihr essen? Das kann man dann so schnipsen hier, oder, Annabelle? Glebegott. Soll ich zu dir schnipsen? Ja, schnipsen wir. So, gut. Dann sagen wir noch Tschüssi, Annabelle. Dann wünschen wir euch, wie immer, nur das Beste. Und bis zum nächsten Mal. Gut. Tschüss. Tschüss.